Und im Namen der gesamten Besatzhörigen und der deutschen Lufthansa, Sie haben recht herzlich willkommen an Bord. Ja, tut uns sehr leid, dass es dann doch etwas später geworden ist hier. Der Grund dafür ist, dass diese Maschine aus Tel Aviv spät eingetroffen ist. Dann gab es hier ein paar Komplikationen mit dem Aussteigevorgang. Es musste alles hier über Treppen und Busse passieren. Das ist auch ein Grund von Sicherheitsvorschriften aus Israel. Danach mussten wir den Flieger für Sie erstmal schick machen. Und ja, jetzt sind wir soweit, können los. Machen natürlich so schnell wie möglich, aber natürlich sicher gehen Stockholm. Wenn wir hier los sind, dann geht es Richtung Startbahn. Heute in östliche Richtung mit einer Linksbiege. Dann fahren wir über die Stadt Frankfurt hinweg in Richtung Taunus. Dann große Richtung an Hannover vorbei in Richtung Ostsee. Und dann über Kopenhagen und Malmö nach Stockholm. Ich wünsche Ihnen eine eigene Reise und Ihnen, was das Wort ist, einen guten Start. Guten Morgen. Ladies and Gentlemen, good morning from the flight deck. Mein Name ist Jan Kieb, Ihr Captain Today. Das ist der letzte für den anderen Hardtang Plätze. Ich bin mit dem Teil der Crew. Ich bin mit Fanta 1-1-1-1-4. Ja, Vorsitzende. Sorry for this delay right now. This aircraft just came in late from Tel Aviv. And from there, there are some security procedures that took quite a long, and then we had to prepare the aircraft for you, your catering, cleaning. But now we are good to go. I can use the parking position soon, and we will take you to our take-off runway. We will be in a steady direction, followed by a left turn, from the city of Frankfurt. Nice view on the left-hand side there. To Hannover, then from there to the Baltic Sea, to pass Copenhagen, Malmö, to our destination, Stockholm. So, I wish us all a nice flight, and have a good start for the week.